Hallo liebe Schweizer Fans, kommen wir alle nach Bratislava. Es ist ein wahnsinnig schöner Ort, eine schöne Strecke. In Bratislava ist Cano Salom gleich bekannt wie bei der Schweiz Tennis. Martin Kahn ist so ein Star wie Roger Federer. Also kommen wir schauen, wir unterstützen uns und wir führen uns auf dem Weg zu einem Quotenplatz für die Olympischen Spiele in Bratislava. Merci vielmals, Sivo in Bratislava.